Selebi ist ein mysteriöses Pokémon mit den Typen Psyche und Pflanze und existiert seit der zweiten Spielgeneration. Selebi ist ein kleines, zweibeiniges Pokémon, das ganz leicht grün, hellgrün, schwarz und hellblau auftritt. Unterleiht Beine und Füße sowie die Enden seiner Haare sind hellgrün gefärbt, bis auf die Spitzen der Fühler und die Flügel, welche beide hellblau erscheinen, ist der übrige Körper leicht grün gefärbt. Ferner sind dann noch die Augen mit einer dicken schwarzen Umrandung umgeben und die Erscheinung von Selebi wird durch den Kopf dominiert, sein Körper ist dabei im Vergleich dazu klein. Der Kopf an sich hat eine ovale Form und läuft zu den Haaren hinspitzt zu, die Augen stechen besonders hervor und setzen sich aus weißer Lederhaut und großen hellblauen Pupillen zusammen. Durch den kleinen Mund wird das Anlitz vervollständigt und es wachsen auf dem Kopf zwei schmale und mittellange Fühler. An den Seiten des kleinen Torsos wachsen die eher dicken Arme, die an den Händen drei Finger aufweisen. Auf dem Rücken sind die beiden kleinen Flügel zu erkennen und an den eher kurzen Beinen befinden sich die runden Füße und abschließend ist es in seiner Shiny-Form, in rosa Tönen gefärbt und die Pupillen sind dunkelgrün. Selebi wirkt durch sein Auftreten relativ schwach und harmlos. Als mysteriöses Pokémon hat es aber mächtige Angriffstechniken drauf und ist allgemein eines der stärksten Pokémon. Selebi greift Feinde größtenteils mit einer Konfusion an, allerdings kann man bei einem Kampf auch mit Zauberblatt rechnen. Diese Attacke trifft nämlich ausnahmslos immer. Um sie selber zu stärken, nutzt es eine Antikraft, wodurch es meistens viel Energie zum Kämpfen dazu gewinnt. Je nach Situation nutzt es auch eine naheliegende Bäre, um deren Kräft für den Kampf zu nutzen. Zudem ist Selebi in der Lage, eine mächtige Attacke vorauszusehen, welche den Gegner nach einiger Zeit überraschend trifft. Sollte es sich in einer nicht lösbaren Lage finden, nutzt es eine Stafette, um sich in Sicherheit zu bringen. Anhand einiger Egelsamen kann es die Energie der Gegner nutzen, um sich selber zu heilen. In Stresssituationen gönnt es sich hier aber auch eine simple Genesung. Um den Gegner jedoch daran aufzuhalten, sich zu heilen, blockiert es die Heilung des Gegenübers. Mit Streiter und Freunde kann es mit dem Klang seiner Vitalglocke heilen oder setzt ein Bodyguard ein, um diese zu schützen. Diese sollten sich aber distanzieren, wenn Selebi ein Abgesang trillert. Dann werden nämlich alle die, die dieses Lied hören, nach einiger Zeit überwältigt und anschließend kampfunfähig. Selebi besitzt eine innere Kraft, welche dafür sorgt, dass es sich nach einem Rückzug schnell von Statusproblemen befreien kann. Selebi besitzt die Gabe, durch die Zeit zu reisen. Anders als Dialga kann es aber nicht den Zeitfluss manipulieren, sondern ihm und beliebig vielen Personen seiner Wahl ist lediglich die Zeitreise möglich. Somit ist es auch dazu in der Lage, an mehreren Orten gleichzeitig zu sein. Dennoch heißt es im Volksmund, dass es Krieg und Gewalt verabscheue und nur in Zeiten des Friedens auftauche. Solange Selebi sich den Menschen zeigt, soll der Menschheit angeblich eine rosige Zukunft beschieden sein. Dieses Buchmund hat generell eine starke Bindung zu Wäldern und fungiert häufig als Schutzpatron dieser. Nicht zuletzt deshalb ist es auch als Stimme des Waldes bekannt. Dabei beginnen Pflanzen wie Gräser und Bäume in seiner Nähe spontan zu wachsen. Wenn Selebi in einem Wald verschwindet, lässt es gut oder lässt es laut Legenda ein Ei aus der Zukunft zurück. Dabei ist jedoch unklar, ob es sich in diesem Ei um ein weiteres Selebi oder ein anderes Pokémon handelt. In Joto ist ihm zu Ehren als der Schutzpatron des Steineichenwaldes der Steineichenwaldschrein errichtet worden. In Ori wurde Selebi ein eigenes Sanktuarium in einem kleinen Wäldchen hinter Emeritae gebaut. Dieser Steinaltar wurde genau an der Stelle errichtet, wo Selebi damals bei seinem ersten Erscheinen den Waldboden berührte. Das heißt, dass es wieder erscheinen würde, wenn jemand vor diesem Altar eine Zeitflöte spielt. Ferner soll sich alleine schon die reine Präsenz Selebis positiv auf die Erlösung von Krypto-Pokémon auswirken. Tritt ein Krypto-Pokémon auf Selebi erinnert sich dieses an sein Urzustand und öffnet die verschlossene Tür zu seinem Herzen. Auch das Sanktuarium von Emeritae scheint eine ähnliche Kraft auszuströmen, die den Vorgang der Erlösung zum Abschluss bringen kann. Wie Selebis Kraft hier im Detail funktioniert, ist unbekannt und Gegenstand der Forschung. Als mysteriöses Pokémon besitzt Selebi keinen festen Lebensraum, sucht aber die Nähe zu alten, sauberen Wäldern. Eine besondere Beziehung hat es zum steinechten Wald in Joto und dem heiligen Wald in Orre, wo ihm jeweils Schreine gewidmet sind, an denen es sich auserwählten Zeit bzw. seine Präsenz manchmal zu spüren ist. Da sich bei ihm um ein mysteriöses Pokémon handelt, ist sein Verhalten fast gänzlich unerforscht und fast alle bekannten Daten zu ihm entstammen alten Legenden. Außerdem ist Selebi in der Lage, die Aura von Menschen und Pokémon zu sehen, was Selebi dabei hilft, zu erkennen, ob sie in der richtigen Zeit sind. Falls das nicht der Fall ist, teleportiert es die Pokémon und oder die Pokémon wieder zurück in ihre eigentliche Zeit. In Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Zeit und Erkundungsteam Dunkelheit sowie Erkundungsteam Himmel ist Selebi erst durch einen Zeittunnel in der Lage, größere Distanzen durch die Zeit zurückzulegen. Seine Zeitreisen können aber auch kleinere Sprünge, die es ganz aus eigener Kraft tätigen kann, sein, um beispielsweise Personen einige Meter fortzubewegen. Den Zeittunnel können auch andere Personen für eine Reise benutzen. Im Notfall kann der Zeittunnel deaktiviert werden, wodurch er dann aussieht wie eine Kugel. Dabei hat Selebi wie die meisten mysteriösen Pokémon keine Vorschufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und mit seiner Typenkombination nimmt es halben Schaden gegen Pflanzen, Wasser, Elektro, Kampf, Boden und Psychoattacken, nimmt doppelten Schaden gegen Feuer, Eis, Gift, Flug, Geist und Unlichtattacken, vierfachen Schaden gegen Käferattacken und der Rest macht normalen Schaden.